Hallo Liebe Freunde und Nachbarn und Schwestern die anderen jungen Menschen ins Gesamt hauen wir hoffen glich nicht auf die Fresse bekommen okay Alter das war richtig krass abgefreestyled Nice Nice Really nice Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tag Town Es ist Sonntag Also könnt ihr wieder Leos und mein Fenster beide gleichzeitig laufen lassen und gucken was wir so veranstalten Nehm ich viel scheiße Ja Perf Die Leute sind immer noch nicht dabei Aber das ist ja nicht so wild Ey das ist doch nicht so wild, Alter Wir machen hier den Shit Okay ähm Wir wollen hier reingehen oder? Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben Ich würd sagen Save your inventory and go inside Inventory safe and hell no Oh Oh Jetzt sind das diese Faxen hier schon wieder Mit diesem hoch und runter und Warte mal, dann markiere ich schnell mal den Ausgang wieder So Dann nehmen wir erstmal die Tür die ganz rechts ist Also Oh Fuckin hell Was'n? TNT Also nicht reinkommen? Ja doch Ich hab's abgebaut Oh Wow Wow Ach hier ist noch Tripwire Man Diese Säcke Scheiß die Wand an So Weiter geht's Ah Ein Loch Ah Ein Loch Ja Ja das ist der easy way Der hat ja wohl keine Lust mehr So Und eine Eisentür Ich geh rein Ha Okay Ich komm hinterher Was ist das? Das hab ich noch nie gesehen Wow That's new Oh Oh Was ist das? Oh pass auf hier ist eine Falle mit La Pass auf Alter 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 Ich In dem Moment wo ich die Treppen lang gelaufen bin Ist mir die Falle wieder eingefallen Ich hab die Falle nämlich schon mal gesehen So hier ist eine Infinity 1 Und Sharpness 3 Uh Sharpness 3 ist richtig cool Sharpness 3 ist gut Ja Und du hast eine Disc mitgenommen Sehr gut Richtig Okay Äh Dann raus hier Und sonst gibt's hier noch was Da ist nur eine Holztür Oder aus der Simba gekommen Ja aus der Simba gekommen Ja und sonst ist hier alle oder? Ja ich glaub das war's Sonst gab's hier nicht mehr Gibt's hier nicht mehr Ja dann lass uns zurückgehen Jo Hier ist nix zu holen Nothing to take Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Oh Ziemlich dark Ah okay Achso hier geht er Dieser dämliche Turm Kann ich doch fliegen oder wat? Ich bin in die Mitte und dann bin da hochgeflogen Ja Jetpack wieviel Ladung hast du noch? Ähm Ja doch viel 80% Gut Sehr gut Come on guy Oh ich bin massiv hungrig Ich denke halt Oh hab ich auch grad so gemerkt Nur ist was essen Ah lecker Schmecker Okay äh zu bauen Warte Warte geht zurück Geh weg Ich bau's lieber hier zu Warte hier zu Ah das ist schlau Und dann hier gleich in die nächste rein Ja Here we go Okay what is this Okay das scheint einfach nur ein langer Gang zu sein Ja scheint so Aber hier Eine kreuzung Um sichern Oh Guck mal nach oben hier Ah Ein bisschen verarsche Ist das so ein Labyrinth oder was? Ich weiß nicht ob das ein Labyrinth ist Machst du den Eindruck Ja es hat Ja doch es ist ein Labyrinth Ja es ist ein Labyrinth eigentlich Hallo Ach der Labyrinth Ah Labyrinth Ah Labyrinth Wo ist der Ausgang? Letztes Mal war er hier Ah ja hier ist er Warte mal dann gehen wir weg da Ich glaube man muss Oh Entschuldigung Ich hab dir gesagt du Ja könnten können So 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 Ja ich glaube daraus kommen wir wirklich Ja genau Ist cool Wir haben es gefunden hier So hier muss man lang Gut Und rein In das Vergnügen Ach hier Schon wieder so ein Ding Ach man ich werde nicht mal wieder eine neue Dimension Und ganz viel Zeug finden Oh es geht nach oben Oh es geht nach oben Es wird dunkel Oh It's dark Und es geht weiter Ja vorhin das bugt grafisch bei mir so krass rum ey Oh 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 Hier läuft mit Pistons Alter was ist was Ich würde sagen wir nehmen den easy way out Ah Ich bin durchgerannt Echt? Ja ich hab's geschafft Kannst du einfach so? Ja mit meinem Anzug Ach Mensch Okay Weiter geht's Oh what's that Ach das ist das mit den Schaltern Oh Das kann ich gut Und hier muss man noch welche umlegen Warte ich sag dir wann es geschafft hast Jetzt noch nicht Schwierig Ich grab jetzt einfach hier einfach alles weg Jetzt Ja ich hab's einfach weggebracht Halleluja Eine Kiste mit einem Buch Looting 1 Äh das sind wir schon cooler eigentlich Wir sind besseres gewöhnt Hast du es mitgenommen ja oder? Ja hab ich Gut So dann here we go back again Ah hier ist ein Link Wollen wir den mal nutzen? Ich hab ja irgendwie Was passiert dann? Also das ist einfach ein Link der uns jetzt irgendwo hinführen wird Ja dann Try it out Okay äh warte ich speichere mein Inventar noch Äh gute Idee Hä? Ich glaube das ist der Link Äh warte mal Hallo? Das ist ja komisch Das ist das ist Der hatte das ist der gleiche Link wie diese Tür Ja ja Die führen beide zum gleichen Ach soo Ja gut dann Ah crap So ich bin durch Ja ich bin Du fliegst immer oben drüber und ich kraxel immer in der Mitte durch Funktioniert beides? Jaa it's both possible Was bringen diese Logic Metrics Programmer nochmal? Ich hab's immer noch nicht rausgesucht Ich wollt's mal rausgucken Hallo? 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 Man hat nur gehört Ich wollte raus Ah Okay ich muss ja nicht gleich das Leben nehmen Na okay Let's go back Können wir zurück? Das ist der Moment Tonight is the night We'll fight until it's over So we build this Tür zu Bist du durch? Ich bin hier Nehmen wir So Let's go upstairs Upstairs In the next floor Let's go downstairs To the floor before Nehmen wir wieder die erste oder? Äh ja Puh Oh ey Mistcraft ist eine Adventure für sich Aber ich hätte eigentlich schon mal Bock Das Mod Aha Wärst du unter den Lava gefallen irgendwie? Ne ich glaube nicht Not sure Not sure about it Äh ich glaube das Ich hätte echt mal Bock das so in Minecraft zu spielen Ohne irgendwelche Cheater rein Also ohne Ticket Mod rundherum Meinst du das? Ja Oh nein oh nein oh nein Oh nein Oh nein Jedes mal geht uns alles kaputt Aber die Tür steht noch Nein sie steht nicht mehr Oh Das ist kacke Das ist theatrische Ich habe es geschafft einen Block zu zerstören Eine Kiste Eine Kiste ist kaputt gegangen Da war was drinnen sogar Und es liegt jetzt hier rum Und die Tür ist weg Ja gut dann müssen wir glaube ich den gleichen Spaß nochmal machen wie vorhin Ja leider geil Leider krass kacke Ist so Ähm Ja ich würde sagen let's go Ah das ist ja echt blöd hier aber egal wir machen das jetzt so Let's go Oh guck mal Ja Was denn Nix Nix Ich bin schon weg Downloading Terra Ne doch nicht Ich dachte schon wir wären schon jetzt in der Dimension Ich bin jetzt durch drei Türen Jetzt durch vier Türen Ja Jetzt durch die fünfte Ja Warte aber du stehst immer an meinem Kopf drin Jetzt durch die sechste Ja Warte jetzt habe ich keine Türen mehr Oh Jetzt durch die Aha Downloading Terra Ja okay ich glaube wir kommen jetzt in eine Dimension Ja wir sind in einer Dimension Äh in eine Dimension ohne Waypoints Und ich brenne Aha Und da oben ist unsere Input Tür Das ist ja klasse Na gut dann müssen wir uns wieder was suchen Ja das ist schon eine Ja das ist schon eine Dann lass uns da durch gehen nachdem wir den Creeper gekillt haben Oh hoffentlich macht der das nicht kaputt Ne ne ich habe ihn schon gekillt Okay Okay schnell durch da Und jetzt gehen wir an die Oberwelt wieder zurück Ich will hier raus Toll Äh Äh Wollen wir dann Wollen wir dann Dann lass uns mit der Holztüren in die Oberwelt gehen oder Ne lass doch noch mal hier ein bisschen reingucken oder Ja aber das ist äh Ich muss mir halt immer die Holztüren schieten Das will ich nicht Eigentlich will ich wieder hoch und dann wieder link nach oben setzen In die Oberwelt und dann kriegen wir das auch hin Dann kommen wir auch immer wieder zurück Weil sonst finde ich das ist mir dann doch zu viel gescheite Okay dann gehen wir zurück Toll jetzt bin ich einmal hier reingegangen Egal ja wir gehen zurück Warte will Let's go back So ich hoffe nur wir kriegen das jetzt auch sauber hin Warte mal so Und let's go Ah ja ne ja doch wir sind in der Oberwelt glaube ich Ist das die Oberwelt? Nein es ist nicht Es ist eine Dimension Das ist die Dimension wo wir eben waren Ja Scheiße Ach kacke Ach ist doch auch logisch Ja klar Aber wie sollen wir jemals wieder zurückkommen? Wir müssen den Limbo finden und ins Loch springen Wir kommen gar nicht mehr zurück sonst Nein ich glaube wir kommen wirklich nicht mehr zurück Außer wir gehen in die Dimensionen und gehen durch eine Holztür durch Ich probier's mal Ne ich hab doch welche dabei Nein ich baue welche hin das meine ich Hä die haben ja keinen Link Ne die gehen kaputt Die funktionieren nicht mehr Ah scheiße ja wir müssen zurück Äh wir müssen einfach weiter gehen hast recht und dann Den Limbo suchen Da wo wir vorn waren Da müssen wir jetzt hin Oh nicht Okay Prost Mahlzeit Ach Ach das war jetzt ey echt Mistkraft ist so ein Mistkraft ey Was ist denn das hier? Ein Hebel Oh pass auf Lebst du noch? Ja ich lebe noch Hier ist noch mehr TNT Ja super Hä? Was ist das denn für eine Toilette hier? Achso Guck an Ja ich hab oben das TNT schon weggebaut Äh weg gemacht Äh mein Inventar ist langsam voll Rappe voll Ja geht mir ähnlich So dann will ich erstmal zu der Kiste da hinten Die muss ja jetzt wenigstens was geiles drin haben Höh So Muss ja So Ich glaub ohne das ganze Tecke Zeug hätte man das hier schon längst verkackt Ja auf jeden Fall deswegen Das ist so brutal War was drin? Äh nichts sinnvolles Wollen wir rechts lang? Ja lass uns rechts gehen Ich hab wir finden einfach das Limbo in Limbo und kommen endlich wieder raus ey Ey das ist so Unendlich Shitty Ah das hier schon wieder Ah ist immer das gleiche Prinzip Ah lass uns grad ausgehen Ok aber ich glaub wir haben trotzdem noch nicht alle Strukturen erkannt Oh nein Ah Durch die Holztür Neva Mach weiter rein Ja hier oben mittig Zack Abfahrt Ja sehr klasse Oh Scheiße Aha Alter Nein 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 Wie hast du das jetzt gepackt? Ich bin runter gefallen und ich hab das Jetpack nicht schnell genug anziehen können Ach Und wo bin ich jetzt? Ich falle schon wieder bin ich jetzt Wo bin ich denn jetzt? Ähm Wenn du gestorben bist? Ja stimmt wo bist du dann eigentlich? Ich bin im Limbo Ich bin im Limbo Oh Aber ich hab mein Inventar noch Ey spring geh mal zurück da und fall da durch Wo durch? Durch die Lücke Durch diese zwei Türen wo wir waren Und da nicht drüber springen Durch diese Lücke die dazwischen ist Sondern rein Reingehen Du meinst einfach Bei diesem Gang Wo die Pisten die ganze Zeit aufgehen Nein 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 Wo wir grad eben waren Äh da sind Da sind diese zwei Türen gewesen Gegen äh Und dazwischen war Schwarz Also es war nur so Bröckel Ah kacke Achso ja hier zwei Türen und schwarz Da soll ich rein? Dazwischen Genau dazwischen ist diese Lücke Und da Lauf mal lang Und nicht springen sondern einfach langlaufen und runterfallen Speichern Speichern Oh nein Jetzt hab ich Load gedrückt Oh shit Load das Ja gut Jetzt hat sich das eh erledigt Ähm Ja Hab ich hier irgendwas Neues dazu geholt? Ich glaube nicht Aber komm mal komm mal her Einfach hier rein Einfach rein Da steht Fall of the World Aber ich glaub du kommst trotzdem dann in den Limbo Ja genau Ja genau und jetzt kommst du hoffentlich her Fällst du? Ich falle Okay dann fällst du gleich bei mir hin Zug auf mich drauf Ich zieh meinen Jetpack an Nee nee Lass dich Du musst bis 118 runter Bis 118 Ich bin jetzt bei 61 Ach du kacke Mein Helm ist weg Ist dein ganzes Inventar weg? Ja meine Rüstung ist auch weg Nano Leggings und Boots hab ich noch Aber mein Helm ist weg Äh Ich hab jetzt mein Zeug geladen Hab zwar bei weitem nicht so viel Aber Wenigstens hab ich die Seiten und meine Rüstung wieder Ich hab meine Rüstung wieder geholt Weil meine Rüstung ist somit so wichtig Hatt ich das eben? Bist du irgendwo gelandet? Wo bist du? Lung 3 Okay Äh ich bin Ja die Koordinaten hätte ich Bist du irgendwo gelandet? Ja ich bin gelandet Das ist hier wieder sau Booster Okay dann ist es das Das ist gut wir sind im Limbo Das ist sehr gut Dann machen wir uns Bewegen wir uns morgen wieder in die Oberwelt Sehr geil Okay gut dann Okay Krass Na gut dann auf Freunde das ist gefährlich mit diesen Dimensionen Ey spiel damit nicht rum Das ist der Wahnsinn Ist es Kommt auf Zusammen mit Ne Ne auf wie Auf Na Das funktioniert nicht Tschüss Leute Wir checken das immer beide gegenseitig gar nicht aber ist egal Okay Leute dann sehen wir uns morgen wieder Bis zum nächsten Mal Genau bei mir auf dem Kanal glaube ich Genau Bis dann